Wir sind in diesen Tagen Zeugen eines historischen Moments geworden, einer historischen Zahl. 1,70. Gut, für Nicolas Sarkozy wäre es ein Fortschritt, als Spritpreis allerdings ist es recht beschissen. Klar, dass da die Volksseele kocht, die Leute wollen billigen Sprit. Andererseits darf er jedes Mal irgendwo einmarschieren, das kann es ja auch nicht sein. Wir von Leute Leute arbeiten an Alternativen, allen voran unser Super Plus Reporter Lutz van der Horst. Hallo Monika, alle klagen über die hohen Benzinpreise. Deshalb bin ich umgestiegen. Nein, nicht auf Bus und Bahn. Auf 1 PS, ja, ist sie nicht schön. Ich glaube, ich nenne dich Black Beauty. Und los geht's. Darf ich in die Stadt einreiten oder brauche ich da die Feinstaubplakette 4 für? Also ich kann mich nicht beantworten, ich kann mich nur mit Autos aus und nicht mit Pferden. Ja gut, normalerweise hätte ich das Auto auch genommen, aber dafür bin ich um die Tageszeit einfach viel zu getrunken. Danke. Ja, leicht erhöht die Temperatur, aber noch alles im grünen Bereich. Jetzt gucke ich es mir gerade nochmal so von hinten an. Erinnert mich von hinten so ein bisschen an die Gruber. Weil die macht ihren Haaren öffnen, haben wir einen ganzen Zupf. Der ist Gruber. Monika, Gruber? Muss ich die kennen? Nee, die muss man nicht kennen. Gut, dann ist gut. Gut, vielen Dank. Bitteschön, wir haben geschehen. Wer ist Monika Gruber? Sie sind auch schlau, ne? Sie haben auch kein Auto mehr, oder was? Ich habe ein Auto auf jeden Fall. Aber die Spritpreise sind ja so überhöht, da muss man sich schon mal überlegen. Ich habe gerade das Pferd mir woanders hin, aber war nett mit Ihnen zu reden. Hallo, ich hätte gerne eine Apfeltasche, aber ohne Tasche. Also wer schon mal hinter einem furzenden Pferd gestanden hat, der weiß, dass sich die CO2-Bilanz so nicht verbessern lässt. Das kann ich schon versacken. Ja, Benzin ist zu teuer, aber so ein Pferd ist in der Anschaffung wahrscheinlich auch nicht viel billiger. Deshalb gibt es in Zeiten wie Wiesn eigentlich nur eine günstige Alternative. Hier, halt mal. Taxi! Taxi! Und damit zurück ins Studio.